Meine lieben Freunde, es ist tatsächlich endlich soweit. Es ist das vierte WWE Let's Play in Folge. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu WWE 2K15. Das ganz unter dem Motto steht, feel it, feel the game. Ja, machen ja einen auf FIFA, aber nein, ich glaube, wir werden dieses Spiel gar nicht so feelen. Meine lieben Freunde, versteht mich nicht falsch. Ich war auf dieses Spiel gehypt wie ein fettiger Schnitzel in der Pfanne. Nach den ersten Screenshots dachten wir uns alle, holy shit. Und dann dachten wir uns, nachdem die ersten Versprechungen des MyCareer-Modus kommt, holy fucking shit. Und wir waren uns einig, das wird das beste WWE-Spiel. Seit here comes the pain, mindestens. Doch dann kam die große Ernüchterung. Liebe 2K-Mitarbeiter, was habt ihr mit diesem Spiel eigentlich gemacht? Ich meine, das ist ja maximal zur Hälfte fertig. Versteht mich nicht falsch, ich war so gehypt auf dieses Spiel. Ich dachte mir, oh mein Gott, der Universe-Modus mit Tim wird unfassbar göttlich. Dann hast du den MyCareer-Modus, dann okay, 2K, Showcase, das ist ja mal ganz nett nebenbei. Aber Hauptsache, wir haben MyCareer mit, richtig, Rob the Wolf Flynn. Und dann haben wir den Universe-Modus, der alles sprengen wird, alles in Schatten stellen wird. Aber wie gesagt, dann kam die große Ernüchterung. Ich meine, was ist hier eigentlich los? Was ist in diesem Spiel? Gar nichts, richtig. Ohne Witz. Kein Creator-Diva. Kein Creator-Title. Kein Creator-Arena. Keine Custom-Themes. Gut, da benutze ich eh keine Musik, sage ich euch auch gleich hier Musik im Menü und so. Nein, nein, weil ansonsten pisst mich YouTube wieder an und dann kriegt das Kotzen. Kein Creator-Finisher. Kein Creator-Story. 75 weniger Core-Plätze. Ich habe nur 25 Creator-Wrestler-Plätze für meinen Universe-Modus. Willst du mich eigentlich verarschen? What the damn fuck? Was ist eigentlich aus Triple Hs Worten geworden? Jede Legende im Spiel. Gefühlt keine. Wo sind die Matches hin? Ich meine, verstehe ich mich nicht falsch. Ich muss euch das zeigen. Das glaubt mir kein Mensch, ja? Ich meine, gut. Das ist jetzt so das neue Menü. Das sieht ja ganz witzig aus und so. Und wenn du ins Eins-gegen-Eins gehst, denkst du dir, oh, das ist ja eigentlich alles da, was du vermisst. Inferno-Match, Leather-Match, I-Quit-Match. Es ist nicht einmal mehr möglich, Two Out of Three Faults zu machen. Es gibt kein Special Referee. Es gibt kein Three Stages of Hell. Und Backstage haben sie komplett rausgestrichen. Sagt man, ja, okay, mein Gott, kann ja sein. Ja, okay, mach mal so. Ist halt so. Aber was soll das? Das ist alles, was ich an Triple Threat auswählen kann. Wo ist TLC? Wo ist False Count Anywhere? Kein No DQ, kein Two Out of Three Faults. Es gibt kein Leather. Es gibt nichts. Und wenn ihr glaubt, das ist nur bei Triple Threat so. Hier hast du gefühlt noch weniger Auswahl. Was zur verfickten Scheiße ist hier kaputt? Dieses Spiel ist nicht mal zur Hälfte fertig. Ich habe kein Interesse daran, hier ein Video zu machen, wo ich hate. Leute, ja, weil ich eigentlich sehr viel Bock habe. Ich meine, für euch reiße ich mir den Arsch auf und will ein WWE Let's Play machen. Aber was ist das? Ich kann doch kein Universe Let's Play machen, gefühlt ohne Matcharten. Soll ich jedes Match nur One on One normal machen oder was? Was ist das denn? Was haben die sich dabei gedacht? Sorry, aber das hier ist kein Geld wert. Und ich, Idiot, kaufe noch die Collectors Edition. Boah, ist das ernüchternd. Und das hauen sie natürlich erst kurz vor knapp raus, ne? Drei Tage vielleicht vor haben sie es bestätigt, dass das alles fehlt. Jetzt kommt mir nicht mit neuer Engine und die Grafik war so aufwendig. Schnauze. Was soll das? Das ist so ernüchternd. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Den Universe Modus könnt ihr wahrscheinlich vergessen. Ich, wenn, kommt drauf an, wie es Gameplay ist, ne? Wenn das wirklich jetzt nochmal richtig geil ist und nicht so ernüchternd ist, wie es bei der Gamescom war zum Beispiel, dann sage ich, vielleicht kann man da noch was machen, ja? Dann holen wir uns nur die 25 wichtigsten Korts und so weiter. Mal gucken, was möglich ist, ja? Ich werde den My Career Modus für euch spielen, ja? Aber eins sage ich euch gleich, ich muss gleich eine Menge Sachen noch erwähnen. Ich hoffe, ich vergesse nichts, weil ich keinen Bock habe, dass das jetzt irgendwie nochmal in Frage gestellt wird. Moment, es tut mir leid, ich muss ein bisschen was labern, ja? Ich muss hier ein bisschen Serious Talk machen, bevor wir hier anfangen, ja? Weil das ist ganz wichtig, vor allem für meine ganzen Abonnenten hier. Womit fange ich an? Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll, ja? Ich spiele für euch den My Career Modus jetzt und damit meine ich auch höchstwahrscheinlich nur den My Career Modus, ja? Ob ich nebenbei noch den 2K Showcase mache, weiß ich nicht. Eventuell in ein paar Tagen, nicht jetzt, ja? Aber es ist sehr unterscheinlich. Wir machen jetzt nur My Career. Ganz wichtig, vielleicht für auch alle, die neu dazukommen. Ich interessiere mich einen absoluten Scheiß für die WWE mittlerweile. Ich war früher ein sehr großer Fan. Ich war ein sehr großer Fan der Attitude-Error. Ich war auch noch ein sehr großer Fan der, was war das? War das direkt danach Ruthless Aggression? Ich glaube schon, oder? War nach Attitude. So bis 2004 oder so, bis 2005 vielleicht auch noch, aber dann hat es aufgehört. Meine Lieben Freunde, ich gucke kein WWE aktiv. Mich interessiert nicht, was passiert. Ihr braucht mir keine neuesten News auf Facebook posten oder sonst was. Es interessiert mich nicht. Ich mag den Sport noch und ich interessiere mich noch für das europäische Wrestling, also WXW etc. Ja, hier, meine Lieben Freunde. Support Euro Wrestling. Scheiß auf den ganzen Müll. Support Euro Wrestling. Dafür interessiere ich mich noch, ja. Da kann man was machen. Ich bin auch bei der WXW im Dezember, ja, in ein paar Tagen. Das ist ja schon in ein paar Tagen. Das sind zwei Wochen, glaube ich schon, ne. Da bin ich, ja. Ich interessiere mich für den Sport. Ich mag die Kunst des Sports Entertainment. Aber ich interessiere mich für die WWE wirklich nicht. Ganz wichtig. Ich werde keine WWE Livestreams machen. Weil das Letzte, was ich in Livestreams brauche, sind Fragen über die WWE. Lasst es also gleich bleiben. Spart euch jegliche WWE Fragen in den Kommentaren. Ich will weder lesen die Frage, wann kommt WWE. Es kommt einmal WWE täglich. Ich, ja, ich will diese Frage nicht lesen und ich will auch nicht lesen, was ich davon halte, dass sich John Cena den kleinen C verstaucht hat oder sonst irgendwas. Es interessiert mich nicht. Und ich schwöre, wer mich damit langweilt, der wird geblockt, ja. Dann könnt ihr weiter meine Videos gucken, aber ich will mir einfach die Scheiße nicht durchlesen müssen. Ich habe eigentlich, glaube ich, noch sehr viel mehr zu sagen. Aber wie gesagt, vergesst einfach, ich und WWE, alles egal, weißt du, vielleicht, ja, hier der gute Franz Zockt, ja, der, glaube ich, hat ein bisschen mehr Spaß damit. Schreibt dann den an, ja. Also, ich will dir jetzt nicht die ganzen Kiddies rüberschieben, Franz, so war das nicht gemeint. Aber ich glaube, du kannst dich für diesen Sport oder für diese Promotion etwas mehr begeistern als ich, dass da vielleicht die Leute etwas besser aufgehoben sind. Ich, für meinen Teil, habe Bock auf den MyCareerVos. Ich habe Bock, richtig geile Matches für euch zu machen. Und ich sage auch jetzt schon mal, damit die ganzen Kiddies, die hier gleich auch rausfliegen, die dann sagen, oh Gott, du spielst voll schlecht. Ich spiele eine Geschichte. Ich mache es genauso wie in den letzten Jahren. Ich werde auch mal verlieren, obwohl ich eigentlich gewinnen könnte. Und dann will ich nicht in den Kommentaren lesen, boah, du bist total scheiße. Du hättest gewinnen können. Dann habe ich vielleicht Storyline-mäßig verloren, weil ich in meinem extremst kreativen Wrestling-Hirn, das ich mir über die letzten 15 Jahre antrainiert habe, einfach nur für euch wieder eine geile Geschichte machen will. Verstanden? Dann können wir ja loslegen. Jetzt habe ich 8,5 Minuten gelabert und wir haben noch nicht mal angefangen. Aber das waren so wichtige Worte, die ich einfach mal sagen muss. Ja, ihr habt keine Ahnung, ihr habt keine Ahnung, was ich machen will. Spiel ich Face, spiele ich Heal? Wenn ich Heal bin, wenn ich Heal spielen werde, werde ich auch Heal-mäßig kommentieren. Das heißt, es kann sein, dass ich euch beleidige. Ja? Dann will ich nicht lesen, oh Gott, der ist voll scheiße. Sondern dann bin ich ein Heal. Und wenn du das nicht verstehst, solltest du vielleicht nichts mit Wrestling zu tun haben. So, meine lieben Freunde, ich habe Bock. Folgende Einstellung. So, wir machen Create a Wrestler. Ja, wir machen das erste... Oh, das wird ein langer erster Part, ich befürchte das. So, wir fangen an mit Superstar. Ah, kann ich da kalt drauf? Aha, Einnahme. So, selbstverständlich werden wir die Karriere neu definieren von unserem... Ja. Nein. Ach so, ich dachte, man muss hier... Ach so, okay, man muss den ganzen Namen sofort... Oh, sofort, Mann. Hä, Lea? Ach so, das muss man neu angeben. Ähm, wir werden natürlich die Karriere des legendären Rob the Wolf Flynn neu aufleben lassen. Es ist Junior Junior mittlerweile. Ich habe keine Ahnung, wie viele Karrieren der schon gehabt hat. Von UFC über WWE. Es ist vielleicht schon die 18. Generation. Ihr müsst verstehen... Äh... Da ist sehr viele Triebe und so. Und da gibt es sehr viele Kinder. Und ja, das ist schon in Ordnung. Es ist Rob the Wolf Flynn. Mal sehen, was wir alles so machen können. Ja, wir werden diesen Namen verwenden. Einzug... Boah, bist du grenzdebil? Nein! Wer hat dir das denn gesagt? Oh, ich will das doch nicht als selbe verwenden. Ach, das ist doch behindert hier. Komm. So. Nicht! Jetzt passt. Einzugsname. Hier kannst du dein Banner editieren, welches bei deinem Einzug erscheint. Es wird im Übrigen keine Entrances geben. Alles Copyright, Rechte. Wie gesagt, ich hab keine Lust, mir von YouTube anhören zu dürfen, dass ich das alles nicht verwenden darf. Seid froh, dass ich das so irgendwie noch hochladen kann. Ja, das wird auch The Wolf heißen. Ist ja wohl klar. Also, das ist dann das, was auf dem Template erscheint, quasi bei meinem Entrance. Ich guck mal, ob ich mein beim Anfang mal laufen lassen kann. Das weiß ich noch nicht so genau. So, Name des Social Media Kontos. Ey, ist das euer Ernst? Okay, dann machen wir das wohl realistisch. Also, für alle Leute, die hier vielleicht zu... Oh, wird das überhaupt hinpassen? Für alle Leute, die hier zugucken, in der Videobeschreibung und auch, wie ihr es hier sehen könnt, ihr könnt mir auch auf der Social Media Plattform folgen. Facebook, Twitter. Ja, Facebook mag ich nicht so. Folgt mir auf Twitter. Müsste sein, ja. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Ringsprechername. Ja, da passt eigentlich schon. Kann man da... Es gibt keinen Wolf. Es gibt keinen Wolf. Es gibt keinen Wolf. Es gibt keinen Wolf. Es gibt viele. Und das haben sie gut gemacht. Da gibt es auf jeden Fall viele. WWWSVW. Come on. Wo ist er? Ist das... Jawoll! Es ist auf jeden Fall schon mal keine Enttäuschung. Der Wolf. Kann ich da noch was da hintersetzen? Der Wolf AEC. Äh, A C E. Oder der Wolf Alexander. Nein, natürlich nicht. Das passt schon so. Und Kommentatorname? Da gibt es natürlich keinen Wolf. Das war ja irgendwie klar, oder? äh, Mr. Amazing be careful I'm awesome, you're not ähm, was haben wir noch? the king Mr. Macho Macho the nightmare, ach, the nightmare hatten wir bei UFC, ne? aber ich glaube, wir werden irgendwas neues nehmen, oder? wie lassen wir uns denn nennen? das werden wir natürlich ein bisschen hören, ich glaube, man kann die wie werden Youngblood, ne, es klingt irgendwie auch Ezreal Ezreal warum nicht Azazel? warum nicht Isaac? Mr. Isaac Mr. Blue Baby, wie wär's? okay, hör mal auf mit Isaac ähm, wie wär's? Griffin ach, komm, die Hardcore-Icon so, we are the Hardcore-Icon so, Gesicht, fang mal an oh, ich bin ja mal gespannt Gesichtsvorlagen wird da sofort angezeigt? erforscht, alles klar mal sehen, wie lang es lädt komm, Playstation 4 zeig mal, was du kannst zeig mal, dass du richtig geil Power hast boah, das dauert ja ewig boah, mein Gott, wie lang lädt es äh, ich glaube, das erste Gesicht ist schon das ist soweit in Ordnung ich will da jetzt echt nicht ewig dran rumbasteln ja, das ist die Aufgabe von anderen dass sie sich um einen einen schön, äh, kümmern äh, ja, vielleicht mal pass mal auf, was kann man ach, das Gesicht ist eigentlich völlig in Ordnung sag mal, bei der Hautfarbe äh mal gucken, wenn ich, geht das einige mal ja, gut, nochmal so Farbton, das ist soweit in Ordnung so, Haare wichtig ist mal der Bart alles andere sehe ich gar nicht ach, guck mal, das haben sie aber ganz gut das ist erstmal die Tyler Black Frisur äh, das haben sie ganz cool gemacht dass sie hier direkt eine Vorschau haben und danach kannst du es noch übertragen das ist ganz cool das dauert dann nicht ganz so lange Alter, was ist das schon, Michaels das ist The Mist äh, okay haben sie aber sehr viel ja, Mann, ist klar jo ähm, was machen wir denn da? gibt's da, ich glaube, das ist ganz gut das ist auch ungefähr ja ja, das sieht gar nicht so schlecht aus jetzt machen wir mal schöne Schwarz oh das kommt hier schon fast an Eddie Edwards ran gesichtsbehaarung jetzt wird's interessant, ladies and gentlemen wo ist der mächtige Vollbart? gibt's natürlich nicht haben sie nicht animiert äh, animieren können nein, die Beard Technology die gibt's nur bei NBA 2K ja, ja ja, ja aber noch nicht bei WWE ja gut, dann ist das hier wäre das natürlich das realistischste für mich weil so trage ich ja auch nur etwas voller, könnte man sagen ja so das müsste eigentlich kann ich noch mehrere Teile machen? kann ich das übereinander lappen? das würde ich ja das würde ich ja ein bisschen feiern pass mal auf äh ne, ich kann nicht übereinander lappen bäh ich dachte, ich könnte jetzt irgendwie mehrere äh, Bad Partien übereinander machen damit ich hier noch so die Seite ein bisschen besser hinkriege aber das scheint wohl nicht zu funktionieren schade eigentlich ach ne, warte mal doch, doch, doch ich hab nur auf das falsche Ding wahrscheinlich gedrückt, oder? ja, oh, doch okay, 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 okay ich hab nur auf das falsche Ding gedrückt I'm sorry ah, sehr gut und wie ich das sehe hat man wie viel 100 ne, ja doch 128 Layer kannst du wohl machen okay schauen wir mal wobei ich glaube, dass mir der erste gar nicht so gut gefällt weil so trage ich auch nicht das Quatsch ich glaube, das wäre besser, oder? ja, komm das ist glaube ich deutlich besser ja, muss jetzt ja nicht 100%ig stimmen, aber ja, oh, oh ich freue mich schon auf meine Heal-Rolle ich freue mich schon auf meine Heal-Rolle oh, das wird das wird was Feines ne, ich bin ja normalerweise eher so der Nette bin ja eher so der Nette aber da werde ich den Heal rauslassen ihr habt ja keine Ahnung äh, haben wir hier warte mal komm, lass mal mal einfach hier so Brian, Brian Lash weißt du? ähm, Augen-Make-up nein braun das ist vielleicht noch ganz wichtig böse braun oh ja oh ja oh, ich werde richtig böse sag ich euch das wird was Feines ah, ich freue mich schon auf die ganzen Kommentare die nicht verstehen dass ich hier nur ne Rolle spiele das wird herrlich so, äh, Gesichtsbemalung nope Körperkunst eventuell Flaggen Designs WWE Designs oh oh ja, Hallöchen schön am Ohr jawoll schön am Ohr, Alter oh, guck mal aber das ist cool das läuft flüssig das mag ich das haben das, äh das, äh das ist gut das lief noch nie so flüssig bei der Charaktererstellung ja, auf jeden Fall, Mann der Wolf wunderbar schauen wir mal ob wir vielleicht noch mehr coole Sachen haben kann man sich ja, aber ich klatsche mich mit Tattoos zu das ist doch super äh, ich finde hier vielleicht schön hier am Kopf vielleicht noch ein Dragon hinten in den Nacken rein ja, ich klatsche mich da jetzt einfach völlig zu, äh finde ich gut und dann vielleicht noch ah, schauen wir mal warte mal was haben wir noch so WWE Designs was gibt's da so ach du Scheiße haha ich denke nicht oh, bin ich ein Paul Heeman geil? vielleicht oh, das wäre geil wenn ich irgendwas mit Paul Heeman machen könnte das wäre die perfekte Heelrolle boah, das wäre großartig ja gut ich werde jetzt keine Original-Logos nehmen das ist mir ein bisschen zu doof Schrift ich könnte natürlich mir wieder hinten den Wolf drauf machen aber das wäre das hätten das hatten wir alles schon mal das ist wieder ein bisschen was anderes vielleicht noch irgendwie so den Drachen den Drachen finde ich ja schon ein bisschen geil mitten ins Gesicht wie wäre es? komm ich meine das ist ein ganz normales Gesichtstattoo trage ich auch seht ihr nur nicht unter der Sonnenbrille oder hier schön am Hals ne, ich glaube das machen wir einfach auf die andere Seite ach, dass die Tattoos so rüberflutschen das finde ich geil das kommt gut so, das machen wir auch so na guck mal ein bisschen Tattoos vorne vielleicht noch ein Tribal oder so haben wir da irgendwelche coolen mhm die hauen mich jetzt nicht vom Hocker hab ich vielleicht gedacht irgendwie ich kenne auch die Größe kann ich noch variieren ok, guck mal oh, das geht auch oh, das geht richtig flüssig mhm, schön schön mit dem Tattoo in der Nase popeln oh ja wird das ja na komm, das lassen wir wir müssen das jetzt wir müssen das ja nicht übertreiben, oder wir müssen das jetzt nicht übertreiben aber ansonsten sieht das glaube ich ganz gut aus ich dachte schon ich bin ein bisschen grau am Bad aber das ist nur die Spiegelung äh Narben ganz wichtig weil wir haben schon so viel erlebt au ja genau wir hatten solche Narben am Kopf, Alter dein Ernst? wäre witzig machen wir aber nicht nein, ich denke es reicht Gesicht ist für meine für meine Person langt mir das dicke so, dann kommen wir zum Körper da werde ich auch nicht jetzt groß was ändern ganz ehrlich ich glaube nicht dass ich da ne, ich bin eher nicht so der Fetti ja, muss jetzt auch nicht unnatürlich wirken ganz ehrlich glaube ja komm, das reicht dicke ich weiß nicht was ich da jetzt alles groß rumbasteln soll das muss reichen so, Körperanpassung was kann man ganz ehrlich damit beschäftige ich mich das ist mir einfach zu doof ein bisschen kleiner mache ich mich teile Narben Körperkunst warte mal vielleicht gibt es da aber was anderes noch oh, Körperkunst aha uh warte mal das ist nicht uninteressant jo alter komplett tätowiert auch nicht schlecht das finde ich gar nicht so uninteressant pass mal auf das hätte schon fast was dann müsste aber der Drachen da weg oh the butcher das finde ich geil das nehme ich das gefällt mir oh, das gefällt mir da kommt der Drache weg wir haben eh schon einen Drachen boah, ich kann nicht zwei Drachen warum eigentlich warte, das machen wir gleich mal willst du eigentlich schnell abbrechen nein, 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 nein das ist so warte, warte, warte das ist soweit in Ordnung das Tattoo gefällt mir machen wir das aus dem Gesicht raus das war hier Tattoo gibt es hier auch einfach einen Entfernen-Knopf das müsste gerade müsste jetzt eigentlich hi das funktioniert ja scheinbar super lädt ein bisschen lange aber ansonsten finde ich das cool ja, ja oh, ich glaube unser, unser, unser Ketchup wird cool das Tattoo gefällt mir an der Seite finde ich das auch in Ordnung schauen wir mal was es noch so gibt Körperkontenlinke an vielleicht haben wir unten noch irgendwie was aber vielleicht mache ich uh stehe ich ja total drauf ich würde mir auch gerne Tattoos machen lassen das ist aber so teuer na gut das hat mir ein bisschen das ist ein bisschen zu sehr an The Rock angelehnt pass mal auf ich will nochmal wissen wie das kommt ach, guck mal das ne, man sieht das andere immer noch wow, das kommt schon nice, ey pass mal auf, ey mir gefällt das richtig gut dann werde ich diese ganzen anderen Grafiken mal lassen pass auf na, das habe ich jetzt nicht kommen sehen vielleicht mache ich mir dann ja, 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 ja warte mal, warte mal Leute, das ist ihr könnt ja skippen wenn euch das nicht interessiert ne, aber ich habe hier richtig Bock mir einen coolen Charakter zu erstellen wenn wir mit dem ein paar Jährchen spielen müssen ja, dann äh, hätte ich mal Interesse dran dass ich das auch äh, dass mir der Charakter gefällt, ja und wenn das nochmal ein bisschen dauert, dann dauert das nochmal also ich werde garantiert in dem Part auch noch das erste Match machen und so weiter also das wird ein langer Part das ist so weit so gut warte mal haben sie den da unten jetzt entfernt sehr gut ich möchte so einen ganz kleinen möchte ich klein warte, warte, warte oh, oh so ein klein so ein kleines äh, Markenzeichen möchte ich mir aber hier so setzen so ein kleines Branding hä? ach du Scheiße hab der es gerade gesehen wenn ich das da hinsetze dann ist da drüben auf der anderen Seite ein Grafikfehler ah, das ist ja totaler Krampf oder soll ich mir den Wolf hier in die Brust sitzen oder ich lass ihn einfach weg Gottverdammt ganz ehrlich ich lass ihn glaube ich einfach weg ja, hab ich nicht damit gerechnet dass so coole Tattoos drin sind ja hab ich nicht gedacht so, das Entfernen scheinbar dauert ein bisschen aber hey da ist es schon so weit in Ordnung ah, das ist aber ansonsten gefällt mir das gut Rückentattoo ah ja das wird ich hab ich hab so geile Ideen schon wieder ich hoffe dass ich das alles hier in diesem MyCareer Modus umsetzen kann ihr werdet auf jeden Fall wieder eine Menge Spaß haben ich hab ich hype mich grad wieder selber ich hab grad richtig Bock äh das zu machen so, schauen wir mal äh wie lange Designs das ist der Grenzekram ne, wenn dann will ich komplette Körperkunst mal sehen sind da andere auch das sind auch andere ne das ist sehr, sehr geil oh, das gefällt mir guck mal dass wir hier immer komplett andere haben wie sieht das aus mega oh, gefällt mir gefällt mir gefällt mir ich hab da noch ne Idee oh, fett fett, 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 fett ich werde nämlich definitiv zumal beim Wrestling Masken ich hab mir schon überlegt ob ich dieses Mal oh Gott sind die Scheiße ha, ne Ray Mysterio Maske äh ich hab mir ich hatte eigentlich mir sogar mal überlegt ob ich vielleicht mit Maske kämpfe dieses Mal aber sieht irgendwie nicht so aus gibt's ne coole Brille ist das nicht die John Morrison Brille gut äh Hüte Hörner sonstiges ja wie cool ist das denn bitte okay man kann's auch übertreiben das ist schon fast cool aber nein, nein, nein das machen wir natürlich nicht also die Grafik ist super ich hab halt echt Angst gehabt dass 2K sich so auf die Grafik spezialisiert dass alles andere in den Hintergrund gerückt wird mal sehen wie das Gameplay ist ich hab ein Match hab ich schon gemacht äh auf Air ja es ist sehr realistisch geworden aber dazu kommt mir gleich zu sprechen okay ich mach hier kein Hillybilly ach das sind die Original Outfits ah okay nein ich mach keinen Gold Dust hier hab ich schon Ryback gesehen sondern ne 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 Outfits sowieso Oberteile boah komm Businessman oder Dätowierter Businessman da könnte man ich denke mal nicht dass ich hier oh schön das Versaute von von Luke Harper der gute alte Brodie Lee sag ich euch der gute alte Brodie Lee so was haben wir denn da was einigermaßen ansprechend wäre ich würde schon ganz gerne eigentlich im Shirt catchen irgendwie was locker flockiges oder so schön im Referee Trikot das ist so ein einigermaßen anständiges anständiges Hemd sowas zum Beispiel schauen wir mal wie das rüberkommt die Farbe kann ich ja anpassen ja ja die Idee mit den mit dem mit den äh na mit den Tattoos geht sich aus das sieht aber doof aus warte mal wenn ich das aber eventuell die zweite Farbe weiß mache aber weiß ist auch nicht cool lieber beide schwarz ich bin da durch und durch schwarzer Typ also das kein Geheimnis mehr Jacken für einen Einzug da muss man ja auch noch herausfinden ach guck mal die muss ich jetzt noch freispielen oder wie ach ne das ist nur Einzug ah ok das ist auch eine interessante Idee ja das ist gut da können wir uns mal später drum kümmern Körperaccessoires schön mit dem Alberto der Rio Handtuch ja ne ist klar Kette wird überlagert ja ne das kommt natürlich beim Kämpfen ziemlich scheiße Ellenbogenschoner das ist Quatsch haben wir nicht ah der Handtuch ok das lassen wir ah wow 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 Unterkörper wäre nicht schlecht so nein ein Shorttyp bin ich nun wirklich nicht Wrestling Strumpfhosen ist ja alles eingedeutscht worden jetzt von 2k ne da komme ich auch noch nicht so ganz mit klar ich würde eigentlich ganz gerne in kurzen Hosen glaube ich catchen schauen wir mal wie das aussieht ja 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 das sieht glaube ich gar nicht so kacke aus das ich glaube mit dem Logo warte mal kann ich das eventuell noch blau machen das weiß da ist eigentlich okay hätte ich dann einen zweiten Ton vielleicht so gemacht ja gefällt mir das kann man so nehmen ok ok ja ja doch 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 das kann was das kann was oh ok Kürtel das ist natürlich Quatsch Knieschoner haben wir nicht Socken äh ja Socken glaube ich kann man schon anziehen äh sowas hier ganz bewusst auf die auf das arme Beinchen achten auf die Füße natürlich so das ist soweit auch in Ordnung Stiefel und Schuhe so was haben wir denn an Schuhe da kann ich da kann ich auch Original Schuhe nehmen wo sind das sind die Ric Flair Schuhe oder nein die werde ich natürlich nicht nehmen ähm irgendwas normales bitte ich wollte gerade sagen wo sind die kurzen Schuhe ja irgendwas Sportliches keine Anzugschuhe Mann what the fuck mhm gibt es hier keine normalen anständigen Schuhe wo sich jetzt sowas nehmen und schauen ob ich da in der Farbe ein bisschen rumbasteln kann obwohl das ist eigentlich schon fast lässig was aber ich glaube das ist lässig sogar aah ist wieder zurückgegangen oder jetzt speichert er das nicht kann das sein ich glaube jetzt speichert er das nicht oh oh ja hat befütet ja ist ein bisschen ein bisschen nervig so mit den Ladezeiten das so ein bisschen geht so ein bisschen länger aber ich glaube das mit den Schuhen ist ganz lässig schöne na gut ja doch 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 ja doch der sieht so aus als würde er ins ins Development Programm der WBE gehen wollen doch doch so sieht der eigentlich aus so haben wir noch was ne mehr eigentlich nicht oh ja doch 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 ich bin fast begeistert Kleidungsvorlage nein 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 Ebenen bearbeiten brauchen wir nicht persönliche Infos Heavyweight äh ja wir sind ein Heavyweight klar Herkunft Fiji ja aus Deutschland was ist das denn früher gab es München noch haben wir es denn da gemacht ne dann komme ich nur aus Deutschland das ist mir zu doof das lasse ich ausgeglichen Bildschimpose ach guck mal oh das haben sie auch schnell gemacht ja das gefällt mir oh es gibt eine Menge neue kann das sein okay yeah dass sich das so schnell ändert das ist natürlich gut das merkt man auch so ein bisschen so ein bisschen next gen feeling ich will irgendwas arrogantes oh ja so einen richtig schönen arroganten Wichser spielen das wär mal geil ich kann nicht mehr wirst du mich voll arrogant schnauze come get some ja das ist das passt ne so was haben wir hier so für Schilder perfect blacks ohje da kann man wahrscheinlich eh nur Originale nehmen ne ja das finde ich witzig weil ich ja halb Spanier bin ah WWE rocks ja der war witzig I can dig it ähm ja okay 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 I don't know I'm down with that das ist schon fast cool grace of all time natürlich und Vintage wie geil ist denn Vintage das finde ich geil das finde ich sehr geil Karriere Beteiligung achso ja ja wenn äh ja wer will ja ich glaube damit bin ich einverstanden damit catchen wir jetzt einfach bevor ich hier noch 18 Jahre in diesem Modus verbringe dann machen wir da genau so wie es ist und ich hab jetzt mittlerweile muss ich sagen bin ich hyped ich hab richtig Bock das wird super ich glaube das wird super wenn das Gameplay jetzt nicht total für die Tonne ist dann könnte das richtig cool werden also ich hab da definitiv Bock drauf so ich würde sagen los geht's oder come on heiß my career WWE 2K50 hätte nicht gedacht dass ich jetzt hier nochmal so eine Freude entwickeln kann für das Spiel aber es ist der Karrieremodus ja den Universe haben sie mir versaut aber da hab ich Bock drauf komm wenn du noch ein bisschen länger lädst dann wird mein Bart grau kann sein dass es mir steht willkommen zu den NXT tryouts mein Name ist Bill DeMott und ich bin der Head Trainer von NXT wie du hast auf der Applikation wir haben nur einen Tag von open tryouts dieses Jahr this is your one chance we will be awarding at least one WWE contract today based on your performance so you better make me notice you everyone at this tryout has some level of training or experience but we don't care about your resume here we only care what you show us when the pressure is on and at this very moment so with that being said I'm going to pair you up and you're going to show me what you got in this ring okay das sieht schon sehr cool aus das muss ich mal schon dazu sagen und jetzt direkt erstes Trainingsmatch oder was okay also wir bringen jetzt wirklich alles deutsch ja sie haben deutsche Untertitel damit komme ich gar nicht klar das verdanken wir auf jeden Fall 2k also für alle Grenzzibilen die kein Englisch können viel Spaß wir spielen gegen Baron oder catchen eher gegen Baron Blade oh jetzt geht's los Chain Wrestling da steckst du momentan in einem Koller in einem Griff fest neutraler Griff da besteht kein Grund zur Panik das brandneue Chain Wrestling Minigame wird gestartet also legen wir los okay man kann entweder ein Headlock ansetzen Armbar oder sich hinter den Gegner setzen machen wir mal so das Ziel ist es aus dem Koller in einem dominanten Griff zu übergehen dazu musst du ein Minispiel gewinnen drücke Dreieck um deinen Gegner in Einsheit Headlock zu packen Wristlock oder Waistlock das Minispiel funktioniert wie eine Runde Scherrisch dein Papier ah okay Headlock schlägt Wristlock Wristlock schlägt ah ne schmarrn doch Wristlock schlägt Wastlock und voll kompliziert ey und Wristlock nein Wastlock schlägt Headlock und Wistlock schlägt Wastlock what the fuck okay alles klar und ich gewinne das Duell guck mal jetzt wo du dir befreit hast kannst du es beim Kettenwrestling hin und her gehen bewege R um den richtigen Punkt zu finden wenn du ihn gefunden hast wechselt die blaue Farbe zu rot halte R am richtigen Punkt um die Anzeige zu füllen bevor dein Gegner seine füllen kann okay als Verteidiger musst du deine Anzeige als erster auffüllen und das Blatt zu wenden macht Sinn und wenn du in der Offensive bist drück Viereck um deinen Gegner zu schlagen und X um sie in dem kleinen Griff zu halten in dem du dich befindest diese Aktionen können in dem Griff nur dreimal angewendet werden also wenn er deine Punkte mit bedacht okay also ich habe jetzt quasi okay yo okay das war noch nicht so ganz klar da bin ich mal gespannt ich habe im Übrigen die Anzeigen da unten ausschalten wollen mal sehen ob das jetzt irgendwie an dem Trainingsding liegt oder ob ich vielleicht was verkehrt gespeichert habe oder so weil eigentlich will ich mich damit nicht selber spoilern oh da ist der erste Konter und es geht schon wieder los zack wieder diesmal verliere ich die Position aber jetzt muss ich schauen aber ich au okay ja das Chain Wrestling ist geil das gefällt mir gut oh warte warte scheiße da war ich nicht schnell genug wo kommt denn jetzt äh Jerry Lawler her okay es ist ja es fühlt sich ganz anders an sehr sehr viel langsamer und da kommt der Spine Buster yo Sit Out Spine Buster oh oh ich glaube ich habe eine schlechte Performance schon abgeliefert oder oder auch nicht also die Präsentation ist sehr sehr gut da kann man nicht meckern ja was ist die los was hat er vor yo yo wo ist ein Jericho genau komm kämpfe Junge kämpfe kämpfe tapp nicht please don't tap please don't tap nein tapp nicht um Himmels Willen er tappt ja lass halt los ich tapp doch Junge der ist voll Akku sondern kannst du doch nicht einstellen ich freue mich hast du schön an Michael Remus es wird äh eine absolute Rolle spielen ob du verlierst oder gewinnst du hast das einfach jawoll so stellenangebot es ist meine große ehre dir die position eines ww superstars anbieten zu können melde dich beim coo triple h dem general manager wiki grow und den general von NXT william regal du musst ihren anweisungen immer folge leisten sonst bist du raus einstellungsdatum 1.4.2015 stellenbeschreibung bezahlung 1250 dollar pro woche sagen wir jetzt einfach mal pro woche damit würde ich gerne leben und das unterschreiben wir so jawoll das ist es doch meine lieben Freunde wir sind nun offiziell an ww superstars und ich bin jetzt schon heiß bei NXT matches gegen El Generico zu werken hallo Mr. Regal herzlichen Glückwunsch zu deinem WWE Vertrag aber das war der einfache Teil du musst ein paar matches im Performance Center bestreiten sobald Bill de Mott dich für bereit erklärt bekommst du deine Chance im NXT Roster und kannst beweisen was du drauf hast gewinne deine matches sammel TP und steigere deine eigenschaften damit dann du damit bist du dann im Handumdrehen im Hauptroster das wollen wir selbstverständlich machen und ich bin gespannt wie sich das jetzt aufbaut ich nehme an wir werden so ein paar matches jetzt hier so haben und je nachdem wie gut wir uns schlagen werden wir dementsprechend aufsteigen da guck mal das wichtigste ist kräftig zu werden dazu solltest du am besten deine eigenschaften verbessern zuerst erfährst du wie du eine eigenschaft verbesserst wähle dazu bitte eigenschaften wenn der Bill das sagt dann machen wir das so eigenschaften machen deinen Superstars stärker bewege um deine eigenschaften zu verbessern je mehr TP du hast ja ja das ist eigentlich soweit klar oder so wir haben jetzt Punkte und das kostet jetzt die na oh da können wir aber glaube ich da können wir eine Menge schon ausgeben das kommt mir gerade so ein bisschen vor wie bei UFC ach du scheiße gibt es da viele Punkte what the fuck okay nicht schlecht erstes mal ist mir Tempo wichtig Angriffstempo ist wichtig Grifftempo ist sehr wichtig da packe ich gleich mal ein paar mehr Punkte rein Agilität Stärke hat gesagt man muss kräftig sein oha okay da wird es irgendwann teuer okay alles klar Ausdauer ist wichtig Ausdauererholung kann nicht verkehrt sein Schadenserholung machen wir gleich mal ein bisschen höher wir können auf jeden Fall eine Menge Coins hier direkt mal ausgeben Schwung ist mir jetzt nicht ganz so wichtig ich bin mal gespannt wir konnten gar kein Movesite einstellen haben wir ein vorgeschlagenes können wir das nachher noch bearbeiten das ist sehr interessant Griffoffensive ja ganz klar wollen wir ein bisschen Schaden machen Submission weiß ich noch nicht in wie weit wir da agieren werden so Beinkraft vielleicht noch ein bisschen erhöhen alles mal so ein bisschen hoch machen Zähigkeit am Kopf ist immer gut am Körper sowieso ah das sind die teureren wobei das geht eigentlich Armzähigkeit Beinzähigkeit vielleicht oh das arme Beinchen hat sich gerade auch gemeldet nein nein das war nur mein mein Renderprogramm keine Sorge so und dann weiß gar nicht wie wir die Punkte weiter verteilen ich bin eigentlich jetzt schon ganz zufrieden eigentlich vielleicht dann doch mal ein bisschen was in Schwung Schlagreversal ein bisschen was in die Reversals Reversals reinsetzen und dann sollte das eigentlich passen komm ein bisschen Chain Wrestling noch und dann passt das komm fürs Erste sollte das passen du hast deine ersten Eigenschaften verbessert je mehr Matches du gewinnst desto mehr sammelst du in den weiteren Matches werden wir dir zeigen wie man im Match am besten TP verdient du hast deinen Superstar verbessert und gelangst nun zum nächsten Match indem du nächster Event auswählst oh da ist es bemerkenswerte Szene ich finde es eigentlich schon fast ein bisschen scheiße ich hätte es gerne in Englisch gelassen das klingt auf Deutsch alles so behindert naja gut aber da muss ich euch wenigstens nichts großartig erklären Zeitachse haben wir das sieht eigentlich ganz cool aus ich würde sagen was haben wir hier bei Charakter Aha Performance Center verbessern anpassen zurückziehen ich beende meine Karriere das ist mir zu viel nein wir machen nächstes Event ja bock das könnte schon geil werden ach was ja selbstverständlich das machen wir so da ist mein erster Gegner in meinem ersten richtigen Match El Hondero Hondero und wir gewinnen so wo ist das richtige Alter die finden das voll schnell jetzt mal ehrlich die finden das mega schnell das ist übel komm jetzt gewinnen wir das nee wir haben beide dasselbe so boah ich war schneller jawoll zack da haut man drauf so ah ok jetzt hab ich's raus jetzt hab ich's raus Leute jetzt hab ich's raus wunderbar da oh was ein Tritt wunderbar also ihr seht das ist sehr langsam geworden das Spiel elbow to the back of the head da bin ich mal gespannt ob da wirklich so ultimative Matches rauskommen ja wenn ich natürlich an das Universe Let's Play denke an die legendäre Maro Fuji Super Dragon Matches ob das mit dem Tempo machbar ist ich weiß es noch nicht ich kann's nicht sagen ihr seht wirklich es ist verdammt realistisch geworden einfach nur von den Bewegungen von den Abläufen das kann gut sein das kann aber auch schlecht sein ich bin äh dann noch nicht ganz überzeugt wunderbarer Jumping Netbreaker von El Hondero und äh wenn mir das Reversen noch ein bisschen besser gelingt dann äh wird das oh Standing Woundsort der hat ja aber richtig was drauf ich hoffe trotzdem dass ich äh auch im MyCareer Modus die alters muss voll spät drücken scheinbar jetzt hat man es raus Armbreaker äh ob ich die Anzeige noch ausstellen kann fände ich für meinen Teil sehr viel cooler oh Legdrop wunderbar kurz gezogener Legdrop hier ja gut mehr als die paar Dritte haben wir auch noch oh da wollte das ich weiß nicht ob das eine Closer werden sollte oder einfach noch ein Running Strike ja schön erst mal Kneebreak jetzt ziehe ich ihn irgendwo hin oder bereite ich damit eine Aktion ich scheine damit eine Aktion vorzubreiten Legdrop erst mal wunderbar kann ich auch aufheben oder oh erst mal Austin Stomps ich glaube ich achso ich kann pinnen okay nein da passiert natürlich noch nichts so steh mal auf ich will eigentlich mal die Closer anbringen aber das ist schwer geworden scheinbar oh schöner DDT Hondera das hat er gerade sehr gut gemacht wie sieht es aus mit Whip-Ins was hat sich da geändert haha er kontert gut damit darauf war ich nicht vorbereitet oh Hurra Karana erwarte ich etwas anderes von einem Menschen mit einer Maske nein so alles gut jetzt zack in die Seile und boah da ist die Closeline das war ja schon eine halbe Lariat aber wir wollen hier mal noch nicht ausrasten kommt noch so wieder der Pinversuch one ich will eigentlich den Typen nur aufheben oh 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 schöner Powerslam hier und weiter die Stomps immer wieder drauf aber eigentlich will ich mal auf die Beinchen gehen ihr müsst immer auf die Beinchen gehen okay wird das ein Suplex wird das ein Suplex oh schöner Suplex eigentlich habt ihr gesehen er ist gerade ein bisschen in den Seilen hängen geblieben das ist ganz praktisch durch die neue Engine natürlich auch aber wie hebe ich denn jetzt einen auf so dreh ich ihn um und in den Camel Clutch äh was ist das achso X muss ich drücken X muss ich spammen wollte gerade sagen hä wo ist da das neue System das neue Submission System kenne ich ja noch gar nicht und wieder dem Whip in kontert er Achtung gefährlich geht es in die andere Ringecke ja tut es kommt er angerannt und er kommt dann gerade mit all dem wunderbaren Running Drop Kick mich würde mal interessieren was mein Startfinisher ist wo zieht er mich hin was hat er mit mir vor oh erstmal ein Soccer Kick in den Magen ja achso das ist ja Bill ich wollte gerade sagen aber der klingt der klingt so ein bisschen wie Jerry Law da finde ich wieder wunderbare Hurra Karana oh Hondero hat er Schmerzen oder was Hondero hat Schmerzen ihr seht die Aufstehbewegungen sind richtig cool die haben sie richtig nice hingekriegt die sind wirklich schön neu animiert so komm komm Top Rope Top Rope okay das ist auch eine neue Animation und Alter ein Big Splash vom zweiten Seil und du fällst hin du bist gerade hingeflogen wie ein Baby alter Verwalter so back to the head nein was haben wir vor was wird das ein Scoop Slam ja jetzt pass mal auf pass mal auf das wird gleich was ach aufheben stimmt das ging ja mit dem rechten Stick kriege ich jetzt auch mal ein Whip-In hin ja und Klausleide in die Ecke was für eine schauen wir mal ob das auch noch geht okay Gegner drehen funktioniert auch und Back Suplex sensationell sagst du mir bitte oh guck mal dass wir uns jetzt bitte geht auch noch ganz nach oben kann ich das auch noch sagen ne komm komm oh Gott das sieht so erbärmlich aus sorry das sieht ein bisschen erbärmlich aus mein Lieber so wie sieht's aus okay das Zeichen ist gesetzt ja ja es sind da es sind keine Fans du kannst dir keinen beeindrucken außer vielleicht den guten Bill was wird das was wird der Finisher ich bin so gespannt und Alabama Slam oder was Tatsache Alabama Slammer so Power Pin 1 2 3 Alabama Slammer brings the victory NXT I love it oh du ist geil ist geil komm gut es war ein 4 Sterne Match natürlich Dave Meltzer ist ausgeflippt der hat sich nackig gemacht hat gesagt Forstas 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 ja hin und her 190 Punkte Signature Einsatz 140 Punkte was war denn das Signature meinet ihr damit wahrscheinlich der Finisher oder unvergessliche Momente 300 ja der unvergessliche Moment war ich als ich auf dem zweiten Seil stand und einfach wie Ric Flair vom Seil geflogen bin großes Drama hat viele Punkte Moove Vielfalt sowieso Follower wie keine neuen Follower ich hab doch gesagt ihr müsst bei Twitter auf Follow klicken Talentpunkte und das passt damit hab ich 284 Punkte insgesamt erspielt finde ich jetzt geil kommt nicht scheiße ganz ehrlich kommt super also der Einstand die ersten 50 Minuten gut davon waren 8,5 Minuten gefühlt Hate aber hey du hast dein erstes Match im Performance geschafft bleib konzentriert und versuch so viel zu lernen wie möglich Leute ich muss jetzt eins sagen ja das macht schon Spaß ich hab viel Hoffnung in dem MyCareer Modus dass der auch weiterhin ein gutes Niveau halten wird dass der geile Stories hat wie zu Here Comes The Pain Zeiten vielleicht wird's ja doch nicht so kacke ich wusste dass es auf jeden Fall mit dem MyCareer Modus cool wird und dass wir eine Menge Spaß haben werden wie gesagt das mit dem Universe Modus ist schade aber mein Gott kann man nicht ändern ich hoffe natürlich ihr seid heiß ihr habt so lange drauf gewartet ihr habt mich so lange damit genervt und jetzt will ich euch das vielleicht noch trotzdem ja trotz allem ich versuche das Beste rauszuholen Projekt hier von WWE 2K15 bieten ich würde mich freuen wenn ihr das Video natürlich mit einem Daumen nach oben unterstützen würdet denn das würde mir sehr helfen und wenn ihr vielleicht euren Freunden zeigt dass 2K15 zumindest der MyCareer Modus gar nicht so scheiße ist indem ihr das dann auf Facebook und natürlich Twitter teilt oder einfach nur meine Dinger retweetet würde mich wirklich wirklich wahnsinnig freuen und dann können wir auch schon direkt weiter starten mit dem nächsten Match das sehen wir natürlich erst im nächsten Part 50 Minuten sollten oder 52 Minuten sollten zum Start erstmal reichen ich hoffe ihr hattet Spaß und wir sehen uns in Part 2 von WWE 2K15 wieder Feel it Baby